So, ich habe jetzt Laura eingestellt hier für 9to5. Also, hier eine Karte, da hat Django schon vorbereitet und auf die Städte, wo die Tour stattfinden wird, ein Pfeil gemalt. Jetzt darf ich hier gucken, wo das genau ist, da muss ich die Location da ranschreiben, aber da ich ein Opfer bin in der Geografie, brauche ich die Karte, weil ich weiß nicht, welche Städte das sind. Weil viele haben immer gefragt, ja, wo ist denn das alles? Ist ja klar, das ist so wildes Hausen, wo ist das? Ob das bei denen in der Nähe ist oder nicht. Und deswegen habe ich die ganze Pfeile mit den ganzen Clubs und das ist noch ganz fertig und das machst du jetzt Laura zu Ende. Here we go! Total geil! Ich hatte Ahoy Brause Kooperation und Laura kriegt, der darf sich jetzt das aussuchen davon. Ich würde eigentlich gerne alles probieren, weil am liebsten das. Ja, das sind Flips, ne? Das habe ich mir auch schon gedacht. Darf ich aufmachen? Darfst du. Schmeckt gut? Die schmeckt übelst lecker. Das ist so wie Puffreis, ne? Bisschen wie Puffreis. In groß XXL. Und für mir und alles was Großes. Wie groß muss er sein? Zu reich, weil nur die Liebe zählt. Yes! Wie findest du das T-Shirt? Jens Spahn. CDU. Lockdown World. Wir waren schon 2021 auf Tour. So, was sollst du sagen? Boah, das ist schon mal. Hey, filmst du selber. Juli filmt jetzt mit der neuen Kamera das erste Mal. Boah, krank. Ist schon geil, ne? Aber ist das jetzt in 4K? Ne. Äh, ich weiß gar nicht. Guck mal, ob euer Vlog jetzt hier unten so eine Funktion hat, wo ihr die Qualität umstellen könnt. Wenn nicht, dann lohnt sich die Kamera nicht. Na, man kann mit Sicherheit 4K, aber es ist gar nicht nötig für das. Warum soll ich in 4K vlogen? Weil du jetzt einen neuen Laptop hast, der 5.000 Euro gekostet hat. Kein Witz, Leute. Ich schneide gerade das erste Mal mit meinem neuen MacBook. Und es ist krank. 16 Zoll. Es ist krank, Leute. Oh, ich hab so, jetzt hab ich mal rausgesucht. Es ist krank. Es hat fast 4.000 Euro gekostet. Aber es war's. Es ist krank. Es macht so viel Spaß. Danke. Weiter geht's. Ich sag mal, mein Internet ist so schlecht. Ich kann nicht uploaden. Ich möchte drei Tage zum Uploaden. Über Spotify drehen? Was sagst du? Sag du, wie du es fandest. Ich hab mir da wieder weggeschnitten. Nein, ich schneide nicht weg, oder? Ähm, Spotify drehen. So, wir sind jetzt am Eiffelturm. Das ist so schön in Paris. Tschüss! Wen? Achso. Junge, mach keine Scheiße hier jetzt. Ja, alles. Steh auf! So, Leute. Wir haben es 1. März. Ähm, heute ist Dienstag? Mittwoch. Mittwoch. Hassan. Was hast du gerade gemacht mit deiner linken Hand? An meinem Schwanz gefasst. Jetzt kommt Hassan sofort. Weil Hassan wird der Tour-DJ. Ja, man kann's gar nicht glauben. Ähm, Noelle Lör zeigt ihm gleich im Pirate Studios bisschen, wie da alle läuft. Er wittert schon. Und der Rest kommt von selber. Was filmst du da? Meine Pommes Fritz. Einmal Pommes Fritz mit Pommes Fritz. Und dafür, Mann, übrigens, ein großes Pommes Fritz mit Pommes Fritz. Meine Promben, Promben nur mit Ketchup, wer was anderes sagt, Cap. Hast du anguckt, einen neuen Vlog gerade? Geil. Ja, ne? Denkst du mir? Ne. Ja, das nehme ich. Das ist für Tour. Echt cool. Das ist für Pettchen. Für Tour auf Bühne. Ey. Sexy. Bisschen so Rennfahrer-like so ein bisschen. Rennfahrer? Rennfahrer. Du musst ihn nicht wirklich machen. Rennfahrer. Wollen wir reden? Was für Rennfahrer? Hör mal auf mit deinem Noise-Canceling. Du hast dich noch nicht mal gehört. Geh du zu deinem Meeting. Los. Ja, okay. Ja, ist gut. So, Shoutout an. Lies vor, was steht da? Lucid Club? Lucid Club. Let's go. Ich hatte Angst, dass ich das falsch ausspricht. Ne, passt schon. Danke an Lucid Club auf jeden Fall. Ich hab das auf den Film noch. Ich hab das an. Also dieses hier. Ich find's ganz geil. Ich dachte mir, die pinke Hose von Aschraf6pm passt jetzt nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass das hier auch pink ist. Und ich bin ja voll im Pink-Mood und irgendwie hat es gepasst. Deswegen, Lucid Club, ich danke euch. Guck was, gerne hat, Digga. Letzte Penner wie immer. Zeig dein Outfit. Oder stand. Auch nichts Besonderes, ne? Auf Tour müssen wir das auch ändern, Digga. Ja. Weißt du, wie Luciano rumläuft, Junge? Bitte? Wie ein Motherfucker läuft Luciano rum. Ja. Du bist Luciano. Ja. So ein Audi, aber Digga, der war so zugepackt. Oh. Mal so, als wärst du jetzt ein... Ich wär wie nur ein... Genau so. Naja, aber stell dir mal vor, du würdest jetzt... Dass das da rückwärts Ding schon leuchtet ist. Das ist so ein... Du wusstest, dass der leuchten wird. Wir gehen jetzt mal davon aus, du bist vor mir da. Ja. Und du hast schon deinen Stick da drin. Ja, ja. So, jetzt spiel mal was ab. The beats on the floor. Ne, das war ja Quatsch. Ne, das war Quatsch. Das war kompletter Quatsch. Das war Quatsch. Also, Quatsch Nummer 1 war, du hast versucht, mit Play wieder zum Anfang zu kommen. Aber... Ne, nicht zum Anfang. Aber warum startest du mit Song 1? Startest ja nicht mit Song 1. Du startest ja mit Hassan Z1. Ja, aber... Wusstest. Das hab ich ja gerade gefragt. Welcher... Also... Hat er es nicht gefunden? Streichhaut und Benzin-Kanister. Nochmal von vorn, nochmal von vorn. Das war viel zu leise. Und du musst immer dann... Ja, eh. Äh, jetzt hat er dir so... Ah, nur wenn er spielt. Du hast... Ne, du hast gesagt, stopp, stopp, stopp. Dann hat er auf Stopp gedrückt. Und dann hast du gesagt, nochmal von vorn. Das hält nicht. Er misst die Hits. Play wieder von vorn. Ja, man kann das so ganz schnell. Zack, 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 zack. Passiert. Film ihn. Film ihn. Er hat sich verbrannt. Sag was. Sag was. Gugu, das ist so heiß, Alter. Es kribbelt. Okay, alle zusammen. Nur alles die Crowd. Let's go. Hey, Mann, was? Sag für mich. Sing ich. 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 Danke schön, Hannover. Perukaville, danke. Tomorrowland. Thank you so much. So drückt man. So, sag. Janel kriegt jetzt sofort Klausurergebnis. Welche Klausur? Management. Und? Konntest du gut? Ja, eigentlich schon. Also die Klausur war nicht so schlecht schwer, finde ich. Glaub ich. Schade. Sag jetzt. Junge, ich such das doch noch. Ja, das ist so komplizierend. Ich denke, das ist nicht das alles. Ja, jetzt schminkt. Ach, noch einen Punkt. Ich war so nervös. Echt? Und? 1-0. Lava. Südiger. Ja. Ja. Stabil, stabil. 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 Wir machen, weil die wollen, wir machen, weil die müssen. Wir machen, weil die wollen, wir machen, weil die müssen. Als Kunden vor allem, ich kann's verschicken. So wie Haar wachs, hast gut auf, wie in der Shit-Lager. Maschallah, hast du dich verliebt? Wurdest du nicht auf die Bühne geholt? Ich würde mich verliehen. Ich bin wütend. Sag der Nüster. Warum? Ey, nein, nein, nein. Ich kann es aufnehmen. Ey, passt dich nicht an. Hört auf. Lasst euch los. Hallo. Hallo. Digger. Berlin war, das ist drei Jahre her. Song Cam. Song Cam. Sag. Aber erzähl. Nö. Digger, Berlin ist nicht mehr so cool. Ist nicht mehr so cool. Muss man einfach sagen. Bielefeld. Nö, auch nicht. Lass alle nach Bielefeld ziehen. Digga, mach mal. Du hast richtig Mario aneinander gemacht. Boah! Alter! Ja, du kriegst mal weiter. Berlin oder Bielefeld? Wir gehen nie wieder LLs. LL oder Kaffee? Ich war noch nie LL. Ich sag euch ehrlich, am Wochenende Berlin. In der Woche Bielefeld. Bielefeld oder Hamburg? Dann Berlin. Aber wenn man so Mainstream, Black, dann Bielefeld. Ich war gestern unterwegs in der Natur, weil ich es liebe. Ganz alleine auf der Wiese. Plötzlich stand da eine Ziege. Eine Fiese. We love some pain. Sing eine line. Schick mir deine Eddie, ich bin dort. Arbeit auch für dich offen wie Van Gogh. Sie macht Yoga, sie macht sie morgen Sport. Das reicht's. Oder? Würde.